Hallöchen, ich grüße euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid. Seht ihr das eine geile Aussicht? Liebe Freunde, Mission Nummer 15, eliminieren sie die Metal Gears. Beziehungsweise die Walker Gears und wir haben Quiet normalerweise hier. Aber keine Ahnung wo sie ist, ich kann sie auch nicht rufen. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich hier jetzt voran? Da drüben ist auch, ne? Hm, den nehme ich auf jeden Fall mit. Hier kann ich jetzt mal schön alles abchecken. Boah. Da ist sogar ein Geisel. Fuck. Lauf mit dir, Alter. Uh, da ist er auch noch, ne? Ich werde ihn mal alle markieren. Maschinen gewehre. Sehr schön. Wie komme ich jetzt am besten runter? Wo ist Quiet, Alter? Hier sind die Walker Gears. Das ist natürlich sehr schön. Die könnte ich doch so eigentlich wegnatzen, oder nicht? Komm, wir sind mal so frei. Das läuft ja weg, der Trudel. Verfluchte Scheiße. Wie soll ich das jetzt am besten machen? Komm, ich nehme mal hier meine Sniper, ey. So was habe ich's denn. Scheiße, der hat einen Helm auf. Und der nicht. Frage ist, wo läuft der jetzt hin? Okay, die laufen immer die gleiche Strecke entlang. Dann werde ich doch noch mal gucken. Alter, hier ist er auch wieder an, ey. Alter, wie viel sind denn das? Hat der einen Helm auf? Ist das ein Helm? Nein. Den Helm auf? Nein. Muss ich mal vorsichtig sein? Da muss jeder Schuss treffen. Nein. Nein. Fuck, wie komme ich jetzt hier am besten runter, ey? Scheiße. Das ist der sichere Tod, wenn ich hier runtergehe, oder? Das ist es in der Zeitpunkt. Ich hab dich einen Reaktion. Ich hab dich in schremmen. Und du jetzt, wieder aufgeregt. Du musst mach es hin. Du bist die Schwestern. Ich hab dich in dem Hintergrund. Du bist die Schwestern. Ich hab dich in den Zeubern. Du hast die Schwestern. Du bist das hier. sehr schön bitte Headshot, yes jetzt hat er mich doch gesehen, der Hund yes yes nun wohin jetzt mit uns sagen wir hier leckeres Bauplan, yes das ist sogar der, den wir suchen und ne Geisel alter Verwalter alter Schwede, alter Schwede was bist denn du für einer Transportspezialist ich nehm auf jeden Fall mit so Soldaten die nehmen wir mal alle mit was wir haben, haben wir hier haben wir noch ein bisschen was ich lad mal nach Junge, Junge, Junge das mal hier wirklich die Lage sonntieren Scheiße den hab ich verpasst verdammt wo schau der hi ganz ruhig Braune ganz ruhig Braune ganz ruhig Braune ganz ruhig Braune das sind mehrere das sind mehrere das sind mehrere Gefangene kann das sein, sehe ich das richtig ich sehe ich das richtig Soldat komm dich nehme ich mal mit und verhör dich mal ein bisschen da drüben ein wenig in sicheren Gefühlen ok Soldat, ganz ganz ruhig mit dir sooo ich frag mich wo Quiet steckt ey ohne Witz so, hätten wir den auch nehmen wir die ganzen Waffen mit da unten ist noch ein Geisel alter so, Ziel erreicht den den nehmen wir dann als letztes mit so, ich check mal hier die Lage Boing Scheiße 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 Wieso treff ich jetzt die nimmer? Wieso treffe ich die jetzt nicht mehr, das gibt es doch nicht So, der nächste Yeah Sehr geil, Frankunia, sehr geil Hm, was macht der da oben jetzt? Schöner Ausblick, hervor Ganz ruhig, Kollege Was? Leg mich doch fett Nein, das wollte ich doch nicht Da bist du, Mensch Ich hab dich gesucht, ey Menschenskinder, ey Die machen alle schönes Nickele So Quiet, nicht schießen Let's schießen, Quiet Nicht schießen Don't shoot Das wär eigentlich natürlich auch noch geil, ne Wenn man die Na, wie heißt denn Wenn man die mit Sprachsteuerung steuern könnte, ne Man, Quiet, hör auf mit dem Scheiß Alter, so ne dumme Nuss Wieso schießt du die jetzt? Wieso schießt du die jetzt? Das frage ich mich grad Quiet, pass auf, die schießen da voll auf dich, ne So So, erstmal die Geisel hier rausholen Hey, ja Da summst du hier jetzt Wie verrückt, ne Statt dass du immer aufhörst Die Leute hier Alle umzubringen Fallenspezialist Ohne Witz, Alter Nein, ich Idiot Quiet, was machst du da oben, ey Warte mal, wir haben ja noch die, ne Alter Quiet, du bist so hohl, Alter Du schießt einfach drauf los Und auf was schießen die anderen eigentlich alle, ey Ich muss irgendwie wieder hochkommen Quiet, du hast Schein an der Waffel, oder? Analyse complete Hm Jetzt pass auf, was wir machen Quiet, du bist so doof, ne Weißt du das? Ganz in Ernst Schieß nicht immer gleich, ey Ohne Witz Das ist nicht gut, ey Da bist du nicht cool, ohne Witz So Und jetzt hör auf, ihn bitte zu erschießen Hat mich jemand gesehen? Warst du das Quiet? Quiet Outpost 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 So So He's coming too Roger that Yeah Was brennt da hinten für ein Licht, ey? Was ist denn das für ein Staatsgefängnis da hinten, ey? So, wir checken jetzt mal hier die Lage, kann ja nicht sein, da. Kann ja nicht angehen, da. So, dann nehmen wir das noch mit, wir wechseln die Wache. Mensch Quire, was schießt du da und jetzt ist sie wieder abgekaut, verstehst? So, dann haben wir hier noch schönes Mörse. Sehr schön, hier oben haben wir leider nichts mehr. So, hier unten, das können wir noch mitnehmen. Das ist natürlich auch nicht zu verachten. Sehr schön, da drüben ist noch einer. Wir gehen aber nochmal hier hin. Also ganz ehrlich, liebe Freunde, ich werde jetzt nur noch, ich werde jetzt nur Quire mitnehmen, wenn ich für die, die Dinge hab, die hasten, die... ...die... ...die...na... Ja, Gott, sag, wie heißt das nochmal? So, gratuliert und jetzt die nicht einmal drücken. Jetzt hat er aber. Jawoll. Alter, da haut's die Scheiße aus runter da. Was? Da drüben haben wir ja noch was, ne? Komm, das nehmen wir auch mit. Und noch ein Auto. Yeah. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit. So, sonst noch was die Herren. Ich muss hier echt aufpassen, dass hier noch irgendwo welche rumrennen. Können die noch da dazunehmen, ne? Das ist dann schon zu weit weg. Komm, aber das nehmen wir doch mit. Hier haben wir leider Gottes nix. Können wir hier was mitnehmen? Nein. Und die da hinten hatten wir ja auch markiert, ne? Ach, da oben ist noch was. Haben wir hier noch was? Diesen Spezialisten, ne? Würde mich mal jungen. Fallenspezialist. Und den G-Schieß-mich-tot-Bauplan. Hm, 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 hm. Okay, warte mal. Externe Aufträge, da können wir doch was machen. So ist es. So ist es, Freunde. Ja, komm. Schick mir die los, dann ist er ruhig. Yo. Und mehr gibt es hier, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Hier waren wir noch nicht drin. Was ist das für ein Teil? Kann ich damit was anfangen? Explosives are a good choice for destroying the Walker-Gears. Of course that'll alert the enemy to your presence. Ideally you should take them out all at once. Dann machen wir nix mit Sprengstoff, Kollege. Schade, du hast in die umgekommen, ey. Wärgwürdig. Ui, ein Diamant. Siehst du das? Da könnte ich ja auch mal schauen, ob hier irgendwo der Diamant ist. Oder ein Diamant. Wermut haben wir hier. Dann haben wir hier noch was. 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 Jo, dann klappen wir diesmal alles ab, noch. Ui. Komm, wir sind zur Freude, das machen wir noch. Wir nehmen ja immer gern alles mit. So, einmal. Zweimal. So, dann gehen wir mal da zurück. Wie es ausschaut, haben wir hier wirklich alle Feinde. So. Hm, dass ich die dann nicht gleich gesehen hab. Okay, ich war hier schon doch ein wenig versteckt. Du bist in die Ruhe gekommen. Oh Gott. Ich bin da gekommen. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Missionsaufgabe 3 erledigt. Hmm, scheint wohl doch nicht so schlecht gewesen zu sein jetzt, ne? Kommt natürlich Freude auf, ey. Kommt natürlich Freude auf. Jetzt haben wir hier noch irgendwo was. Hä? Haben wir dann alles? Hier haben wir noch eine schwarze Karotte. Aber dann... War es das auch? Nehmen wir die noch mit. Die ist ja gleich hier um die Ecke. So. Wenn ich wüsste, was das andere Ziel noch gewesen war, ne? Nämlich die ganzen Gears haben wir ja jetzt alle gleich, ne? Sobald wir den mitnehmen. So, yes. Die nehmen wir natürlich mit. Yeah! Saubere Arbeit, Männer. Wir haben alle... Missionsdinger erfüllt. Dann holen wir doch schnell den Heli. Alle Walker Gears eliminiert. Alle Walker Gears rausgeholt. Ah, okay. Einen Fingerhut beim verlassenen Dorf gepflückt. Yeah! Geil, Alter. Oh, quai, du Idiot. Alter, die macht Sachen zusammen, du ey. Ohne Witz. Junge, 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 Junge. Wirklich wach. Mensch, quiet, was ist dein Problem, ey? Da müssen wir echt besser mal miteinander kommunizieren. Was tut das? Gehst du mit? Wir wären soweit. Mensch, quiet, ohne Witz. Bist eine ganz wilde Maus. Was tut das? Aber hab ich diesen Fallentypen? Ja, da kommt einiges zusammen. Mission complete, Boss. B, sehr schön, 43 Minuten haben wir braucht. 112 Stunden. Feindliche Alarme nur einer. Eingesteckte Treffer zwei. Taktisches Ausschalten zwei. Kopfschüsse elf. Zielgenauigkeit 75. Neutralisiert 31. Markierung 22. Erfolgreiche Verhöre 10. Gefangene gerettet. Zwei. Insgesamt 44.903 und 35. Dann verlassen ist dort festgehaltene Person rausgeholt. Alle Walker-Gears rausgeholt. Keine neuen Versuche, keine Abschüsse, kein Reflex, keine feindliche Alarme. Perfekte Tarnung, keine Abschüsse. B, Bust. Jo, dann wird quiet. Haben wir auch ein bisschen, ja, Sympathien gesammelt. Und wir gucken, GMP, was hat's gebracht, ne? Ja, 276.000. Der aktuelle Hieronymus liegt bei 65.125. Ich denke, wenn quiet die Betäubungsscharfschützenpistole hat, dann sind wir ein richtig unschlagbares Team, ne? Ja. Boss, wir waren richtig. Once you'd eliminated those Walker-Gears, a resupply call was made from Dutati to CFA headquarters. The CFA then contacted none other than Sainer. That's right, the shell company that owned Mvinda Oilfield. So Sainer was just a front for Cypher. The resupply won't be happening just yet. But we did learn that the Walker-Gears are transported out of Nova Braga Airport. Apparently there's a distribution network on the Savannah that links all the PF-Outposts. I'll have the Intel-Team investigate this network. If Cypher is supplying PFs with Walker-Gears, the PFs have to be offering them something in return. We follow the money trail. We might just find ourselves on Cypher's doorstep. Was wollen wir dann da machen? Klingeln, oder was? Kassette erhalten, quiet 5. Da klingeln wir beim Cypher dann an der Haust und sagen mal, Entschuldigung, wir brauchen mal ein Ei. Ja. Emblem-Tailer heilen, Hintergrund Raute. Elite-Soldaten, ich bin gespannt wie ein Regenschirm. Waffenschmied, Maschinenpistolen. Haben wir rausgeholt. Dann, was sprach ich Deutsch? Doomgoat. Geil, ein Deutscher. Sehr geil. Dann nochmal einen Waffenschmied. Dann nochmal einen normalen. Dann wieder einen Fallen-Spezialist. Haben wir ihn doch rausgeholt, Alter. Haben wir ihn doch rausgeholt. Yeah. Sehr cool. Den Transport-Spezialisten. Den Retter. Den normalen extra hier jetzt. Nochmal normalen extrahiert. Den Arzt. Sehr, sehr wichtig natürlich. Normalen wieder. Yeah. Also insgesamt 8x A+, 9x A, 1x B und 2x C. Yeah. Wir werden immer besser, Freunde. Wir werden immer besser. So. Mission list updated. The intel team has come back with its report following its investigation into PF logistics. Cypher has to be involved with this distribution network somehow. One thing in particular caught my eye. A convoy that regularly crosses the savannah. On paper, it's just mined resources going to the government. But the security is much too heavy. At the very least, it's worth checking out. Take a look at the mission. Yo, liebe Freunde. Das machen wir doch alles. Ich möchte aber nochmal kurz auf die Missionsliste eingehen. Und zwar hier haben wir auch den Fallenspezialisten und die G44-Bauplan rausgeholt. Das war eine perfekte Aufgabe, liebe Freunde. Und dann hätte ich gesagt, externe Aufträge? Nein. Neben OPs natürlich. Wieso gibt es da keine? Wieso sind da momentan keine Nebenmissionen freigeschaltet? Das ist sehr, sehr schade. Na ja, was soll's, liebe Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gucken wir nochmal diesen schönen, herzzerreißenden Blick. Zu quiet darüber. Und ja, wie gesagt, bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Bye-Bye. Bis morgen. Servus. Servus. Zum Nikolinos. Vielen Dank.